Hallo Messerfreunde, hier ist Jake. Willkommen zur Auswertung Top 10 Hirschhorn Messer 2019. Hier diese Messer haben gemeinsam den zehnten Platz belegt. Ich konnte da nicht so genau differenzieren. Die haben auch eine Platzierung alle verdient, alles sehr schöne Stücke. Viele haben mir geschrieben. Vielen Dank nochmal dazu. Ich wünsche allen frohe Feiertage und gleich kommt dann noch Platzierung 9 bis 1. Viel Spaß dabei. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.